yo leute was geht ab mein name ist lotus und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir ich bin hier gerade bei uns im garten und wir sind natürlich nicht allein der alte freund ist wieder da und zwar wir machen hier kurzen cut und dann sehen uns gleich wieder hier sind wir wieder wo sind wir gerade um die höchlich sieht gerade lodos aus ja ich habe mich heute nicht geduscht und nicht gewaschen weil ich einfach zu fertig war und sieht man vielleicht auch an meinen augen sehe ich und wir haben vorher ein spiel erfunden das ist so geil ok für uns der beste kicker da drin und bevor ich jetzt fragt hey kicker was ja ich bin stockball es haben wir selbst erfunden immer die materialien einmal gibt so ein stock war der hat die kamera bis nach dahinten so weiter den stock hier und dann gibt es noch den ball hier und jetzt erklärt euch jetzt das spiel man darf ja aussuchen welchen ball man nehmen eigentlich wären nicht so fester ball besser wie der hier vielleicht seht ihr es warte kann man leicht drücken so und dann können wir halt ähm also wir spielen das jetzt es gibt einen der kick das wird der letzte sein und einen der schlägt mit dem stock wir wissen nicht ob die aufnahme gut wird wir müssen jetzt halt kurz wieder ein cut machen dass wir sehen ob die aufnahme gut wird und dann würde ich sagen wir sehen uns gleich so leute sind wir wieder haben uns die sachen besorgt weil irgendwie war der ball ein bisschen scheiße das gerade irgendwie also wir haben einen zweiten geholt weil der andere ihr denkt euch sicherlich das ist der gleiche aber unsere andere wir haben versucht noch mehr luft rauszulassen und dann ist er halt ganz weg gegangen dann haben wir halt meinen anderen geholt ist fast so gleich nur ein bisschen härter stimmt und ich weiß nicht ob ihr uns jetzt seht warte doch so können wir spielen wir stellen uns einfach in klein also wir spielen das jetzt einfach so stopp der letzte halt ganz blöd und da gibt keine punkte ja das spiel ist nur zum spaß und übrigens am ende kommt noch eine wichtige info also gut dranbleiben übrigens auf youtube heiße ich anders mit meinem richtigen namen aber bitte mich nicht haten oder so und ich konnte mir irgendwie kein konto erstellen weil wir nehmen von meinem handy aus auf deswegen mit das video auch nur zehn minuten und dann los und dann los scheiße also wir müssen versuchen mit dem stock den ball zu treffen und anderen rüber zu spielen und der andere kick und muss das zu euch machen und so funktioniert eigentlich das spiel man darf keine krätsche nehmen am ende am ende erzählen wir euch noch die richtigen regeln also für die verschiedenen klassen ich hab meine hand auf ihm okay spiel mal weiter leute falls eine scheißqualität ist wir werden noch videos machen die nicht zu schlimm sind diese videos werden nicht alter zu schwenken wir machen ja keine scheiß ich seh mich nicht mehr keine blöden videos wo irgendwelche kacke kommt ich bin eigentlich vollkommen behindert ich bin eigentlich vollkommen behindert und der lad wird wahrscheinlich keinen youtube kanal noch aufnehmen warte vielleicht nicht weil die kind weil ihr werdet wahrscheinlich sehen wir sind ja nicht erwachsen okay eigentlich sind wir erwachsen aber stimmt wir sind erwachsen und okay nicht ganz wir sind beide ach äh beide zehn nein spielst du eigentlich wir sind beide äh boah ich vergesse die ganze zeit den Namen wie kann man das eigentlich fünfzehn wir sind beide fünfzehn sieht vielleicht nicht so aus aber ja sind wir alt und ja spiel weiter und übrigens wir müssen gleich das video aufrufen also das werden jetzt die letzten schüsse und schäge so so leute hier haben wir jetzt ein bisschen was gezeigt von dem spiel vielleicht habt ihr es nicht richtig gesehen wir gucken in die aufnahme und ja wir werden wahrscheinlich heute noch ein paar videos hochbringen stimmt ja warte und wenn euch dieses video gefällt dann lasst natürlich den hier da einen daumen nach oben und abonniert uns also wenn ihr das video seht bitte lasst ein like da weil wir sind jetzt neu auf youtube wir sind jetzt neu auf youtube eigentlich war das schon irgendwo aber die regeln ja ihr dürft also wenn ihr die schläger seid dürft ihr nur mit den fäusten also mit dem stab treffen und wenn ihr die kicker seid nur mit den füßen und man darf keinen mit den füßen ja 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 man muss flach schießen und ähm schreibt in die kommentare ob ihr das spiel gespielt habt wir sind jeden tag auf youtube also ich weil er macht nicht immer ein video mit mir und dann ähm ja ja tun wir halt äh vielleicht nochmal eine runde also schreibt uns das auch wenn wir also wenn wir nochmal das spiel spielen sollen dann zeigt uns das mit einem kommentar und einem daumen nach oben warte hat man nochmal eine zahl zwischen 1 und 10 4 ok wenn wir dann noch 4 daumen dazu schaffen also 9 gibt's ähm gibt's noch eine runde schlagball und ich würd sagen äh stockball und ich würd sagen spiel es aus oder und video auch also wir sehen uns beim nächsten video tschau 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 tschau